Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Ja, hör auf. Volta Rapid Fire, ich spiele Mario Kart. Warum tippert sich das Schabbe nicht, ja? Nein, Leute, ich muss mich hart auf den Sack gehen mit meinem Zeppling. Of course I can. Aber ich kann mich halt hier einfach vorne hinstellen, ne? Ich treffe dich da trotzdem. Die haben einfach alle gezogen. Das ist so annoying, Alter. Oh, so viel Spaß. Alter. Du kannst mich nicht nerven. Hallo. Alter, das ist so krank. Aber ich war halt nicht zu schnell hier, um halt die ganzen Zepplinge setzen zu können. Oh, Schako soll es da vielleicht nicht zu nah ran. Oh, so, Sch skeleton. Lop, drei Farben. Hopp, dahinter. Ja, das klappt schon, der Teleport sieht halt nur komisch aus, wenn sich mehrere Teleporten. Das Geile ist halt, dass die Viecher halt auch bei der Lannung Schaden machen. Alter, die sind zu viert oder zu fünft in der Mitte, Alter. Oder zu dritt, glaube ich. What the fuck? Was ist hier denn, da? Hm. Psst. Ah, wieder getroffen Zack Die Puppen, also Nicht wieder getroffen, Alter Ah, Shaco Krass, er hat ihn quasi noch in seinem OQ Trotzdem auch getroffen, Alter, das ist übelst geil Better run Und, äh, tree come Hm Ja, ich würde noch mal in der Zapplung Ja, geh mal hin, geh mal gucken, schnell Er war hier mitgenommen Ah, interessiert mich nicht Ah, ich bräuchte halt hier noch einen So, leider kann ich jetzt hier auf jeden Fall nicht halten Hm Hm Ich habe noch drei hier oben, jetzt nicht Was denkt ihr, was der hier macht Kämpfe mit dem Oh, ne, unser Lies Oh, lol What the fuck? Shit Das ist ziemlich, okay Ähm, ich merke, wie ich rede, ein bisschen weniger Und zwar, ähm, wie ich hier einfach nur Ich bin einfach eigentlich nur dafür da Um den Leuten einfach nur so tierisch auf die Nerven zu gehen Ohne Ende Das ist so ein bisschen mein Job Ja, ja Ja, der Schaden So geil Ok Maokai, aber die Ult von Luxus ist halt ziemlich nervig. Ähm, Alter. Oh, schade. Oh, wow. Warte mal. Äh, warte mal. LOL. LOL, sie hat sich selbst gekillt. What the fuck? Ich finde diesen Earth-Modus so geil. Ähm, ähm. Mal mit Lumi und Speko, ne? Es, es... Es, es knallt ja nochmal auf alle drauf, ne? Ey, der ist kaum und daran kann schon wieder fast gehen, Alter. Er wird gleich in den nächsten... Das ist so strange. Vor allem geil ist halt, wenn die Gegner ihre, äh, meine Samplinge halt zu sich selber ziehen. Das ist ziemlich witzig. Ähm, ähm. Ja, frisst du. Übel, schluss, dick. Und... Bäm. Das ist Wave Clear of Doom, Alter. Hups, 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 hups. Oh, lol. Oh, lol. Ah, get wrecked. Okay, will das nicht helfen? Oh, egal. Okay, wir stücken mal weiter unsere Saplinge hoch. Und wieder 2600 Gold. Ich weiß nicht, ob ich Pappen weggehe oder doch eher auf Tank. Alter, das ist doch geil. Dieser Wave Clear. So hardcore. Ja, kann er mit dem Puppen ja machen. Braucht ihr nur ein Mord hier hin? Oh, guck mal, wie weit wir schon dran sind bei dem. Oh, oh. Oh, lol. Der hat mir aber übel schaden. Woosah. Das hat ganz schön wehgetan, Alter. Hm, okay. Holy crap, Alter. Hehe. Ich denke mal, ich werde... Oh, Glass Russian dann gleich. So, jetzt nochmal zurückzukommen. Ich finde persönlich, dass immer auch keiner der stärksten Champs mit Chaco und Hackerim sind. Hackerim habe ich offen gelassen. Ich habe gebannt. Auf Wunsch hin habe ich Katakoband. Von mir aus habe ich Zett gebannt und Sona. Und ja. Da gibt es dazu ja nicht unbedingt viel zu sagen. Alter, die ist Level 7. Ich bin, ne? Getrackt. Vor allem, sie ist einfach Level 7, ne, Alter. Das ist übelst. Schaut schon. Ich bin, ne? Hep. Egal, ich habe ewig nicht wieder... Oh, lol. Oh. Oh, geil. Alter, das ist so krank. Ich liebe diesen Spielmodus. Ich habe den den letzten Tag jetzt ein bisschen gespielt. Ähm. Wer noch gut funktioniert, ist auf jeden Fall Wellkos. Das ist auch im Witz krank. Ich glaube, du bist tot. Ich glaube, du bist tot. Vor allem, die Q, ne? Ist auch so krank. Ähm. Das war neulich auch meine Absicht, eigentlich. Das war's. Das war's. Alles sei Dank. Alles sei Dank. Alles sei Dank. ich muss mal abhauen jetzt endlich und ich gehe nicht wieder so viele seit dem raum mein zappling mein zappling schade 5 2 stehe ich ne aber trotzdem dieser modus ist so witzig das lustige ist ich wurde schon zweimal reportet oder so einfach wegen nichts einfach nur weil ich gewonnen habe die leute sind halt auch ziemlich mad wenn man sie dann verliert das ist auch witzkrank aber gut ähm oh was steht da tutsch eigentlich 7 3 sogar lol er ist noch davon gekommen jetzt kommen sie nicht mehr davon ja ich kann da oben hoch danke anke it did push ist einfach alle lanes durch und ruhe aber gerade ein bisschen wenig leute nevermind das crank regelt der wave clear mit maokai ist in dem moment so krank alter gg alter ist auch eine minute 16 ähm alter was war das da für die flash alter ach die minions ach blitzkrank hat gefinished ach man oh gut ich bedanke mich auf jeden Fall wieder zugucken bis zum nächsten mal haut rein Amen.